Hallo und herzlich willkommen. Die Fritzbox 7590 AX ist das aktuelle Flaggschiff der AVM-Router-Serie für DSL-Anschlüsse. Von dieser gibt es aber mindestens drei deutsche Werksversionen. Die erste 7590 AX kam per Mai 2021 zum UVP von 269 Euro in den Markt. Und zwar in dem gleichen schlanken Gehäuse wie die beliebte Vorgängerin 7590 AC Plus N aus dem Jahre 2017. Die zweite 7590 AX kam kurz drauf, ab Juni 2021 in den Markt, zum gleichen UVP. Sie hatte ein dickeres Gehäuse mit größeren Lüftungsgittern. Zudem hatte die zweite Verpackung schon ein aufgefrischtes Design mit einem weißen Band am Fuße der Schachtel. Viele Erstkäufer dachten jetzt, die Zweitgeborene hätte ein besseres Wärmemanagement und die Erstgeborene könnte den baldigen Hitzetod sterben. AVM gab dann zur Beruhigung der Erstkäufer ein Statement ab, demzufolge die Leistungsmerkmale der dünnen und der dicken 7590 AX gleichbleiben. Klammheimlich kam dann 2022 noch eine dritte deutsche 7590 AX-Version in den Markt. Sie hat den gleichen dicken Body wie die Zweitgeborene vom Juni 2021. Allerdings hat die Drittgeborene keinen ISDN-Anschluss mehr. Den lässt AVM offenbar auslaufen, weil immer weniger Menschen internes ISDN benötigen und weil die Bauteile für ISDN immer knapper und teurer werden. Meine Erst- und Zweitgeborenen Fritzboxen 7590 AX von 2021, beide noch mit ISDN, haben die identische Artikelnummer 2000 2929. Meine dritte 7590 AX von 2022 ohne ISDN hat die neue Artikelnummer 2000 2998. Und AVM nennt die dritte Version jetzt auch ganz offiziell Fritzbox 7590 AX V2 mit einem kleinen V2 dahinter. In winziger Schrift, seitlich auf der Packung. Wer seine alten ISDN-Geräte an der modernen 7590 AX weiter nutzen will, müsste also schauen, dass er noch eine Erst- oder Zweitgeborene wie die ISDN-Port erwischt. Oder seine alten ISDN-Geräte an seiner alten Fritzbox 7590 AC Plus N hängen lässt und diese dann hinter eine neue ISDN-lose Fritzbox 7590 AX V2 von 2022 klemmt. Die restlichen Anschlüsse blieben in allen drei Versionen von 2021 und 2022 aber gleich. Von links der graue DSL-Port bedient VDSL bis 300 Megabit im Download und 50 Megabit im Upload. Genauer gesagt ADSL 2 Plus bis 16 Megabit, VDSL 2 17 A bis 100 Megabit und VDSL 2 35 B bis 300 Megabit. Wobei die meisten DSL-Anschlüsse in Deutschland sowieso bei 250 Megabit im Downstream und 40 Megabit im Upstream enden. Rechts daneben zwei schwarze RJ11-Buchsen für analoge Telefone, Faxgeräte, Anrufbeantworter, Türöffner und dergleichen. Gleich neben der RJ11-Telefonie kommt eine schwarze ISDN-Buchse, aber wie gesagt nur bei den beiden älteren Versionen aus 2021. Die drittgeborene 7590 AX von 2022 hat kein ISDN mehr. Und weiter geht es mit fünf Ethernet-Anschlüssen in blau und gelb. Die sind bei allen drei Modellversionen der 7590 AX allesamt auf je 1 Gigabit begrenzt. Am blauen WAN-Port kann man Internet von einem anderen Modem-Router einschließlich Glasfaser zuführen. An den vier gelben 1 Gigabit LAN Ethernet-Buchsen werden oft LAN-Geräte oder LAN-Switcher angedockt. Speedfans bedauern, dass die 7590 AX keine 2,5 Gigabit Ethernet-Ports hat, weder beim WAN-Port noch bei den LAN-Buchsen. Alle drei Versionen der 7590 AX hatten bislang auch das gleiche weiße Switching-Power-Supply mit einem Output von 12 Volt und 3,5 Ampere, also maximal 42 Watt. Gleich geblieben ist auch die schwarze Power-Innen-Buchse an allen drei Top-Fritz-Boxern. Die 7590 AX hat zwei blaue USB-3-Buchsen. Die erste sitzt hinten rechts, die zweite sitzt bei allen Versionen an der linken Außenseite der 7590 AX. Diese Buchsen kann man etwa für Drucker, Festplatte oder für einen LTE-USB-Stick verwenden. An der rechten Außenseite, ebenfalls bei allen drei 7590 AX gleich geblieben, sitzt eine Phone-1-Buchse für analoge Telefoniegeräte mit einem länglichen TAE-Stecker der ehemaligen Deutschen Bundespost. Die drittgeborene 7590 AX kam aus der Verpackung rechts im Bild. Da steht im roten Kreis nicht mehr neu Wi-Fi 6, sondern neue Version. Vermutlich ist das der geheimen Code für kein ISDN mehr drin. Mit einem Torx T10-Dreher lösen wir fünf Schrauben am Boden der 7590 AX. Tipp am Rande, einige Schrauben sitzen so tief, dass nur ein sehr schlanker Torx 10-Dreher ganz hineinkommt. Im Inneren der 7590 AX sind die Schrauben kleiner. Da hat das Entfernen der Kühlplatten über den Prozessoren nur mit einem kleineren Torx T6 funktioniert. Kurzer Hinweis. Alle drei zerlegten Fritzboxen 7590 AX haben fünf Jahre Garantie. Mit dem Zerlegen des Gerätes könnte die Herstellergarantie erlöschen. Außerdem kann das Hantieren mit stromführenden Teilen gefährlich sein. Und schließlich kann auch elektrische Aufladung an den Händen die Elektronik zerstören. Das grüne Motherboard ist bei den zwei älteren Versionen der 7590 AX aus dem Jahr 2021 gleich geblieben. Erst in der jüngsten Version von 2022, also der dicken ohne ISDN, waren auf den zwei WLAN-Prozessoren dann zwei identische Kühlbleche. Davor waren es zwei verschiedene Kühleisen. Auf der Vorderseite des Motherboards der 7590 AX V1 dünn vom Mai 2021 sind linksaußen zwei braun-gelbe Dualbandantennen gesteckt. Rechtsaußen eine gesteckte Antenne. Vorne mittig ist eine silbrige Dualbandantenne direkt auf das Mainboard gelötet. Bei allen drei 7590 AX Fritzboxen verdeckt die schwarze Kühlplatte links oben vor allem die CPU, RAM, NAND und DSL-Chips. Rechts neben der großen Kühlplatte sitzt in allen 7590 AX Boxen der schwarze Spartan 6 FPGA-Chip von AMD Xilink. So ein Field Programmable Gate Array kann mit einer Schaltung geladen werden, die erst im Feld, also vor Ort, konkret etwa bei AVM programmiert wurde. Die weiße THE-Buchse für die analoge Telefonie rechtsaußen ist bei allen drei 7590 AX Boxen gleich geblieben. In der unteren Hälfte des Mainboards der 7590 AX, hier die V1 dünn, dominiert links der WLAN-Funk mit zwei schwarz verdeckten WLAN-Chips und rechts der DECT-Funk mit dem Dialog-Chip. Links oben ist jetzt schon die schwarze Kühlplatte über den CPU, RAM, NAND und DSL-Chips der 7590 AX V dünn entfernt. Man sieht nur noch einen kleinen Rest des schwarz-grauen Wärme-Lightpads. Links unten ist auch die schwarze Kühlplatte über dem WLAN-Prozessor abgeschraubt. Man sieht aber noch das komplette rosa-rote Wärme-Lightpad. Hier sind schon beide Wärme-Lightpads über der CPU links oben und über dem WLAN-Chip links unten komplett abgekratzt. Oben im Bild sitzen die meisten Schnittstellen der 7590 AX. Dazu links außen der USB-3L-Port und rechts außen die Phone 1 TI-Buchse. Hier steht das Mainboard der 7590 AX V dünn vom Mai 2021 auf der Verpackung der ersten Produktionscharge, also noch ohne das frische, weiße Band am Fuße der Schachtel. Das grüne Mainboard der 7590 AX vom Juni 2021, also schon jene mit den seitlichen Lüftungsschlitzen, schaut noch genauso aus wie das der älteren Schwester V1 dünn vom Mai 2021. Das neueste Mainboard der 7590 AX V 2 DIC vom August 2022 hat schon zwei identische schwarze Kühlplatten über den WLAN-Chips. Diese REF-Box-getunte 7590 AX V 2 DIC hat hinten eine weiße Leiste mit SMA-Gewinden für externe Antennen. Diese Leiste gehört nicht zum Original von AVM. Dazu mehr am Ende dieses Videos. Auf der Rückseite der Platine haben wir in allen drei Versionen der 7590 AX keine Unterschiede bemerkt. Am Verlauf der Leiterbahnen können Fritz Experten Schaltungszusammenhänge studieren. Auf der Platinenrückseite dieser 7590 AX V 1 Dünn verläuft ein weißes und ein schwarzes Antennenkabel. Das weiße ist mit einem Klebestreifen an der Platine fixiert. Am kurzen Pfeil sitzt noch der ISDN-Port, den es ab der V 2 DIC, also seit 2022, nicht mehr dort gibt. Als wichtigste Neuerung gegenüber der herkömmlichen Fritzbox 7590 AC Plus N aus dem Jahre 2017, haben die neuen 7590 AX Modelle seit 2021 jetzt das schnellere WLAN 11 AX verbaut. Und zwar maximal 1200 Megabit im 2,4 GHz Band plus 2400 Megabit im 5 GHz Band. In Summe also 3600 Megabit über die Luft. Laut AVM aus 8 Antennen. Wir suchen also 4 Antennen für maximal 4 mal 300 sind gleich 1200 Megabit im 2,4 GHz Band plus 4 Antennen für 4 mal 600 ist gleich 2400 Megabit im 5 GHz Bereich. Tatsächlich finden wir 3 braun-gelbe Antennenplättchen für jeweils 2,4 und 5 GHz. Diese sind über ein schwarzes, ein weißes und ein blaues Kabel mit den IPEX-Buchsen auf der Platine der 7590 AX V dünn verbunden. Zählt man jedes Antennenplättchen doppelt, dann wären es jetzt schon 3 mal 2 sind gleich 6 Einzelantennen. Dazu eine 15 mm lange Stabantenne am kurzen Pfeil mittig in der Platine. Die erste braun-gelbe Dual-Band-Antenne links vorne ist über ein blaues Antennenkabel an die beiden WLAN-Chips der 7590 AX V dünn verkoppelt. Die zweite braun-gelbe Dual-Band-Antenne sitzt links hinten und hängt über ein schwarzes Antennenkabel an den beiden WLAN-Chips der 7590 AX V dünn. Die dritte braun-gelbe Dual-Band-Antenne steckt rechts hinten und hängt über ein weißes Antennenkabel an den beiden WLAN-Chips dieser 7590 AX V dünn. Die silbrige Antenne vorne mittig auf der 7590 AX ist fest auf der Platine verlötet. Sie funkt ebenfalls bei 2,4 und 5 GHz. Zählen wir auch diese doppelt, dann liegen wir jetzt schon bei 8 Antennen. Links oben im Bild sitzt zudem eine winzige goldgelbe Murata-Prüfbuchse am kurzen Pfeil. Schaut man von der Seite in die fest verlötete WLAN-Antenne der Fritzbox 7590 AX, so gleicht sie einem Doppeldecker. Schon seit Juni 2021 hat die 7590 AX V 1 dick. Links vorne eine WLAN-Antenne mit zwei langen Hörkern. Dadurch wird sie in das Hörergehäuse hineingedrückt und ohne Schrauben in den Führungsschienen festgehalten. Die hohen Höcker der Dual-Band-Antenne links vorne in der 7590 AX V 1 dick enden direkt unter dem Deckel dieser dicken Fritzbox mit den langen Lüftungsschlitzen. Auch die WLAN-Antenne links hinten wurde an das Hörergehäuse der Fritzbox 7590 AX V 1 dick vom Juni 2021 angepasst. Und schließlich wurde auch die WLAN-Antenne rechts hinten an das Hörergehäuse der Fritzbox 7590 AX V 1 dick vom Juni 2021 angepasst. Hinzu kommt schon seit der allerersten 7590 AX V 1 dünn eine geheimnisvolle silbrige WLAN-Drahtantenne inmitten der Platine. Damit legen wir bei großzügiger Zählweise schon bei neun WLAN-Antennen. Ab der 7590 AX V 2 dick anno 2022 hat sie sogar eine vorgelagerte Murata-Prüfbuchse bekommen. Von drei befragten Fritzbox-Experten, außerhalb von AVM natürlich, konnte bislang keiner die Bedeutung dieser ominösen Drahtantenne zweifelsfrei erklären. Die geheimnisvolle silbrige Stabantenne ragt genau 15 mm über die grüne Platine der 7590 AX hinaus. Sie sitzt rechts neben dem rechten WLAN-Chip. Sie war schon in der V 1 dünn vom Mai 2021 und in der V 1 dick vom Juni 2021 vorhanden und ist auch in der V 2 dick von 2022 wieder auf dem Motherboard zu finden. Links neben der silbrigen Drahtantenne sitzt eine goldgelbe Murata-Prüfbuchse. Sie ist aber erst ab der V 2 dick anno 2022 hier aufgetaucht. Falls hier jemand eine Vermutung hat, was diese Antenne bewirken soll, bitte gerne in die Kommentare direkt unter diesem Video. Als WLAN-Motor verwenden alle drei Versionen der Fritzbox 7590 AX das Chipgespann aus Max Linear WAV 614 für 2,4 GHz und WAV 624 für 5 GHz. Max Linear sitzt in Kalifornien und hat diese Technik von Intel übernommen. Zwischen den beiden WLAN-Chips liegen drei tuningfreundliche IPEX-Antennenbuchsen, darunter eine winzige Murata-Antennensignal-Prüfbuchse. Beim linken schwarzen WLAN-Chip der 7590 AX V dünn vom Mai 2021 konnten wir die Wärmeleitpaste komplett abkratzen. Beim rechten WLAN-Chip haben wir den schwarzen Kühlkörper nicht abgehebelt, weil er zu fest verklebt war. Neben dem WLAN hat die Fritzbox 7590 AX auch eine Basisstation für den DECT-Funk unter der Haube. Überdeckt kann man schnurlos telefonieren sowie Smart-Home-Geräte über die Luft steuern. Wie die meisten Fritzboxen haben auch die drei 7590 AX-Modelle eine komfortable DECT-Basisstation verbaut. Liegt die 7590 AX ganz normal auf einem Tisch, Sideboard, Schrank, Regal oder Schreibtisch, dann funken die drei DECT-Antennen vorne rechts aus dem Gehäuse heraus. Diese drei DECT-Antennen können bis zu sechs verbundene DECT-Telefone plus etliche DECT-Smart-Home-Geräte versorgen. Das Foto stammt aus einer aktuellen 7590 AX-V2-DIC vom August 2022. Die DECT-Antennen sind aber in allen drei Modellversionen seit Mai 2021 gleich geblieben. Die kleinere DECT-Antenne ist laut Box Matrix eine trapezförmige Stamped Metal DECT 1,9 GHz-Antenne mit direkter Verbindung zum DECT-Soc. Also ohne irgendwelche IPEX, Murata oder Hirose-Sockel dazwischen. Da kann man also keine externen DECT-Antennen einfach mal so anstecken. Die größere DECT-Antenne rechts vorne ist direkt auf die Platine gedruckt, in der Form eines gedrehten und geknickten F. Ebenfalls mit direkter Verbindung zum DECT-Chip, ebenfalls ohne IPEX, Murata oder Hirose-Sockel. Also relativ schwierig zum Anzapfen. Die DECT-Antennen aller drei 7590 AX-Modelle werden von einem schwarzen SC14446A76R10-1-LVP-DECT-Prozessor von Dialog-Semiconductor angetrieben. DECT darf bei allen Fritzboxen in Europa bis 250 mW bei 1,9 GHz senden. WLAN dagegen darf bis 100 mW bei 2,4 GHz, bis 200 mW im unteren und bis 1000 mW im mittleren 5 GHz Band funken. Das war's zum Thema Funk per WLAN und per DECT. Jetzt kommen wir zu den kabelorientierten Schnittstellen. Die Fritzbox 7590 AX kann auch analoge Telefone, analoge Faxgeräte, analoge Anrufbeerntworter oder analoge Türklängeln über Telefonkabel versorgen. Hier die AJ11-Telefoniebuchsen an der freigelegten 7590 AX V1-DIC vom Juni 2021. Rechtsaußen haben alle bislang bekannten 7590 AX-Versionen eine längliche TIE-Buchse für analoge Telefoniegeräte. Die hellbeige TIE-Buchse ist für analoge Endgeräte mit dem großen TIE-Stecker vorgesehen. Hier mal ein Foto aus der 7590 AX V2-DIC von 2022. Diese Buchse ist aber in allen drei Versionen gleich geblieben. Zum Thema Telefonie gehört auch die schwarze Phone S0-Buchse für hausinterne ISDN-Geräte und Anlagen. In der 7590 AX V1-DIN und V1-DIC ist sie noch dran. In der V2-DIC ganz oben fehlt sie schon. Kommen wir zu den LAN-WAN-Buchsen. Die 7590 AX bietet fünf Ethernet-Ports, alle bis 1000 Megabit, einmal blau für WAN und viermal gelb für LAN. Nun wird von einigen Usern gerne geklagt, dass 1000 Megabit LAN und 3000 Megabit WLAN schlecht zusammenpassen, weil das schnelle WLAN am lahmen LAN-Port stark heruntergebremst werde. Vermisst werden daher ein oder zwei LAN-Ports mit 2,5 Gigabit. Allerdings habe ich per Zufall entdeckt, dass ich auch mehr als ein Gigabit netto aus dem WLAN der 7590 AX herausholen kann, wenn ich zwei NAS-Speicher an zwei LAN-Ports der 7590 AX anschließe und dann aus beiden NAS-Stationen gleichzeitig Daten per WLAN sorge. Egal mit welcher Methode AVM nun die Leistung mehrerer LAN-Ports zusammenbringt, Der Effekt für den User ist erfreulich, sofern er diese Leistung überhaupt benötigt. Hinter den fünf Ethernet-LAN-Boxen sieht man fünf schwarze Bauteile. Die bringen jeweils 1000 Megabit auf jeden LAN-Port. Das DSL-Modem der 7590 AX bedient ADSL 2 Plus bis 16 Megabit oder VDSL 2 17a bis 100 Megabit oder VDSL 2 35b bis 300 Megabit Downstream und 50 Megabit Upstream. Von einigen Newsern im Internet wurde indes bemängelt, dass das VDSL 2 Profil 30a nicht sauber bedient wird. Das hat AVM in seinen Presseinformationen aber auch nie versprochen. Im Gegenteil. AVM schreibt in seiner Wissensdatenbank zur 7590 AX, Das Profil 30a wird von der Fritzbox nicht unterstützt. Dieses Profil wird an einigen 100 Megabit Anschlüssen wie zum Beispiel Mnet, NetAachen, NetCologne und Wilhelm Tell eingesetzt. Hinter dem VDSL aller 3 7590 AX Varianten steckt vor allem dieser Chip. Ein VRX 619 von Max Linear, der ursprünglich von Intel entwickelt und vertrieben wurde. Der DSL-Prozessor aller 3 7590 AX Varianten sitzt rechts unterhalb der großen schwarzen CPU. An den zentralen Einheiten CPU, RAM und NAND Speicher können die meisten Bastler nichts verändern, austauschen oder aufrüsten. Es sei denn mit viel Mut und einem superpräzisen Lötkolben. Deshalb streifen wir diese Bauteile hier nur ganz kurz. Als CPU nutzen alle 3 7590 AX Varianten den Anyway SoC GRX 550 von Max Linear. Unter der großen schwarzen CPU sitzen 512 MB DDR3 RAM Speicher von Nanya in allen drei Versionen der Fritzbox 7590 AX. Rechts neben der CPU sind 512 MB NAND Flash Memory von Kioxia fest auf der Platine der 7590 AX Ritzboxen verlötet. Hier das Originalfoto der zentralen Elemente der 7590 AX noch ganz ohne gelbe Pfeile drin. Das Zusammenspiel der zentralen Bauteile in der 7590 AX lässt sich an dieser Grafik von Max Linear studieren. Detaillierte Technikinfos zur 7590 AX findet man auch sehr schön auf dem Fritzbox Wiki namens Box Matrix. Technik im Vierjahresvergleich. Links die normale Fritzbox 7590 AC plus N aus dem Startjahr 2017. Rechts die neue 7590 AX aus dem Startjahr 2021. Vieles ist gleich geblieben. Den größten Sprung gab es indes bei den WLAN-Komponenten. An der zentralen Hardware der 7590 AX Boxen kann der normale User nur wenig ändern. Wer sich traut, kann seine Fritzboxen und Fritz Repeater aber zumindest mit extern herausstehenden Antennen tunen. Bei der Firma Frix Tender aus Pürbaum bei Nürnberg haben wir passende Rundstrahlantennen und ganze Umbausets für WLAN-Geräte von AVM, 1&1 und Deutsche Telekom gefunden. Kurz nach dem Erscheinen der ersten Version der 7590 AX V1 dünn im Frühling 2021 hatte auch Fritz Tender passende externe Antennen im Angebot. Und die getunte 7590 AX sah auf den ersten Blick genauso aus wie eine getunte 7590 AC plus N, die es ja schon seit Jahren gab. Damals gab es offenbar nur schwarze externe Antennen. Fritz Tender dankte dem Hersteller AVM, dass er am Platinen-Layout der 7590 AX im Vergleich zur bisherigen 7590 AC plus N kaum etwas geändert hat. AVM hat die 7590 AX in seinen Presseinfos mit 8 Antennen beworben. Und viele etablierte Medien haben das auch genauso abgeschrieben. Fritz Tender-Chef Jörg Schütz bleibt aber dabei. Es handelt sich um vier interne Dual-Band-Antennen. AVM zählt wohl jede Dual-Band-Antenne als zwei Antennen. So kommen die PR-Strategen auf 4x2 ist gleich 8 Antennen. Die drei rot umrandeten IPEX-Antennenbuchsen sind so servicefreundlich, dass ein halbwegs geschickter Bastler hier auch ohne Mühe externe Antennen anschließen kann. Der gelb umrandete Morata-Anschluss dagegen wird momentan noch nicht genutzt, schreibt Fritz Tender-Chef Jörg Schütz auf seiner Website, da er zu weit im vorderen flachen Bereich des Gehäuses liegt und für den langen Stecker des Morata-Spezial-Pigtails kein Platz dafür ist. Wer kein Problem damit hat, das Gehäuse zu modifizieren oder einfach offen zu lassen, kann aus den Universal-Sets eine Antenne mit Morata-Pigtail wählen und diese optional verbauen. So Schütz. Demnächst sollen aber neue, flache Morata-Stecker in den Fritz Tender-Shop kommen, die besser in die V1 dünn hineinpassen, lässt Schütz Anfang September 2022 schon mal durchblicken. Kurz nach diesem Website-Beitrag tauchte dann ab Juni 2021 die 7590 AX V1-DIC auf und Fritz Tender musste seine Antennenlösung auf das größere Gehäusedesign von AVM adaptieren. Fritz Tender hat der 7590 AX V1-DIC vom Juni 2021 den Zusatz V2 verpasst, damit man sie leichter von der dünneren 7590 AX V1-DYN vom Mai 2021 unterscheiden kann. Das Basisfoto stammt tatsächlich von mir, die Einblendung V1 und V2 dagegen von Fritz Tender. Dazu die Erklärung von Jörg Schütz. Zitat Ende. Fritz Tender hat also die 7590 AX V1-DYN vom Mai 2021 als V1 getauft, die 7590 AX V1-DIC vom Juni 2021 als V2. Anno 2022 brachte AVM dann eine dritte Variante der 7590 AX mit dem erhellenden Zusatz V2. Seit 2022 gibt es die externen Antennen von Fritz Tender nicht nur in schwarz, sondern auch in strahlend helem Weiß. Wer nicht selber basteln will, kann eine fertig umgebaute 7590 AX auch unter dem Namen REFBOX 7590 X3 AX DSL um ca. 350 Euro bekommen. Wir haben so eine zwar nicht selber zusammengebaut, aber wenigstens mal selber zerlegt. Die Firma REFBOX aus Much bei Köln bietet einen Umbauservice oder verkauft alternativ komplett umgebaute Fritzboxen und Fritz Repeater. Die REFBOX 7590 AX kam in der normalen Fritzbox 7590 AX Verpackung. Es lagen aber drei zusätzliche, weiße Antennen in der Kiste und eben eine getunte Fritzbox. Die weißen Fritz Tender Antennen durften wir selber an die REFBOX 7590 AX anschrauben. In der Schachtel vom August 2022 lag schon die jüngste 7590 AX V2-DIC, also die abgespeckte, ohne erste N-Buchse. So sieht die REFBOX 7590 AX mit angeschraubten Fritz Tender Antennen von hinten aus. Von unten sieht man, wie die schwarzen Antennenkabel über die Lüftungsgitter aus der 7590 AX V2 herauskommen und an die goldgelben SMA-Sockel der Antennen verbunden werden. Am Boden dieser REFBOX 7590 AX klebte ein großer Garantiehinweis. Zudem war das fünfte Schraubloch im Boden mit einem kleinen REFBOX-Aufkleber verdeckt. Wir mussten es durchstoßen, um die Box aufschrauben zu können. Genau wie AVM auf das Original, so gibt auch REFBOX auf die getunte Version der Fritzbox 7590 AX 5 Jahre Garantie. Links im Bild die Firmenlosung. Wir machen fast alle AVM-Produkte zu noch besseren WLAN-Geräten. Soll man alle drei Fritz Tender Antennen an der REFBOX 7590 AX identisch nach oben stellen? Soll man die Antennen der REFBOX 7590 AX wie in diesem Foto ausrichten? Oder sollte man die WLAN-Antennen nach diesem Muster ausrichten? Das kommt darauf an, in welche Richtungen Sie das WLAN vorzugsweise abstrahlen sollen. Der Umbau einer Fritzbox 7590 AX zu einer REFBOX 7590 AX ist schnell erklärt. Die drei gesteckten Originalantennen von AVM werden entfernt. Die WLAN-Signale werden an den drei goldgelben IPEX-Buchsen mit drei längeren schwarzen Antennenkabeln abgegriffen. Die neuen schwarzen Antennenkabel werden bis unter die neue weiße Antennenhalterung hinten an der 7590 AX herangeführt. Unser REFBOX 7590 AX Exemplar machte einen sauber getunten Eindruck. Mit etwas Geschick kann man den Umbau auch selber machen, könnte dann aber eventuell den Garantieanspruch seitens AVM verlieren. Wobei sich die Antennen auch wieder unbemerkt in den Originalzustand zurückbauen lassen, was eventuell die Garantie retten könnte. In welchen Situationen bringen solche externen Frickstender-Antennen und REFBOX-Umbauten nun überhaupt Vorteile? Das hat Jan Rehm schon im Dezember 2021 sehr schön auf golem.de getestet und beschrieben. An die goldgelben SMA-Gewinde einer REFBOX könnte man auch größere Rundstrahlsektor- oder Richtantennen verbinden. Letztere haben kleinere Signalöffnungswinkel, aber höhere Reichweite. Solche Antennen gibt es von WLAN-Allroundern wie Alnet, Alu, Alcatel, Lucent, Cambium, Cisco Systems, D-Link, HPE, Aruba, Huawei, Lancome Systems, Motorola, Netgear, Nokia, Ruckus, TP-Link, Trendnet, Ubiquity, Ventronic, Zebra oder Zeichsel. Oder von Spezialisten wie Pointing aus Südafrika. Laut deren Europa-Chef Thierre Thuitema wurden diese ursprünglich für sehr lange und schwierig zu befunkende Diamantenminen unter Tage entwickelt. Auch große WLAN-Antennen wie diese hier von Pointing lassen sich über Kabel an die SMA-Gewinde der REFBOX-getonten Fritzbox 7590AX verbinden. Falls die Gewinde, wie hier im Bild, nicht auf Anhieb aufeinander passen sollten, gibt es entsprechende Adapter. Die REFBOX-getunte 7590AX führt nur drei Antennenanschlüsse nach außen. Die Pointing-Antenne im Bild hat aber vier Anschlüsse. Welche drei verbindet man? Auf welche verzichtet man? Das hat Einfluss auf die Abstrahlcharakteristik. Schließt man solche Antennen über längere Antennenkabel an, dann sind sie nicht an den Standort der Fritzbox gebunden. Beispiel. Die Fritzbox steht im Keller, die externe Antenne hängt jedoch über 7-Meter-Kabel im Erdgeschoss oder im Obergeschoss. Fazit. Alle drei deutschen Versionen der Fritzbox 7590AX aus den Jahren 2021 und 2022 führen die Signale der beiden WLAN-Chips auf drei goldgelbe IPEX-Buchsen heraus. Dort kann man die ab Werk montierten drei Dual-Band-Antennen von AVM abklemmen und neue Antennenkabel zu den neuen externen Antennen hinter der Box herausführen. Die vierte Dual-Band-Antenne ist vorne mittig fest auf die Platine der 7590AX gelötet. Die lässt man einfach dran. Mit etwas Mut und einem hochpräzisen Lötkolben könnte man hier aber auch selber ein Antennenkabel für eine vierte externe Dual-Band-Antenne anlöten. Bequemer ist es natürlich, eine fertig getunte 7590AX alias Refbox 7590X3AX-DSL, um ca. 350 Euro beim Umbauexperten in Much bei Köln zu ordern. Wer auch mit den 17 cm langen weißen Fritz-Tender-Antennen immer noch nicht glücklich wird, kann es mit noch reichweitenstärkeren Sektor- oder Richtantennen von Cisco über Pointing bis Zeichsel probieren. Dazu kann man in den meisten Fällen sogar die von Refbox montierten SMA-Gewinde verwenden oder die 7590AX eigenhändig mit passenden SMA-Gewinden pimpern. Ob AVM das Aufpritzeln seiner wunderbaren Fritz-Boxen so toll findet, wissen wir nicht. Die Berliner dürften zum Zwecke der Reichweitenverlängerung wohl eher die Fritz-Repeater aus dem eigenen WLAN-Mesh-Portfolio vorschlagen. Derlei WLAN-Repeater wären erstmal die bequemere Alternative. Aber 17 cm Antennen verbrauchen weniger Material als komplette WLAN-Repeater und überhaupt keinen zusätzlichen 230 Volt Strom. Insofern hätten externe Antennen wohl die bessere Ökobilanz, sofern sie in der konkreten baulichen Umgebung den gleichen Reichweiteneffekt wie WLAN-Repeater erzielen können. Fragen, Meinungen und konstruktive Kommentare gerne direkt unter das Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal.